hallo ist der martin von mannemanke ist dass die dax analyse für nun dienstag den 6 und 2 2024 und unser dax erscheint hier regelrecht festgefahren zu sein da ging es weder vor noch zurück am montag trotz dass wir unterm tagestief vom freitag rumgestochert haben muss man sagen hat er hier nur auf den channel aufgesetzt und ich glaube den c3 cap plus gemacht aber vielmehr ist dann nicht passiert hat er ist einfach nur zur seite oben hat wieder die 17.000 begrenzt die kann man ja nun auch schon und damit ist ja einfach nichts passiert er hat hier mal kurz runtergezockt 860 gehalten dann hätte ich schon fast gedacht der probiert man ein bisschen sich unten auch rauszudrücken aber nee hat dann hier von unten raus die 900 wieder überboten damit war eigentlich schon chance vertan kerze hier hochgezogen ein bisschen schade ich hätte hier fast vermutet also dann wirklich hier runter gezerrt hat das einfach ein bisschen sich drunter etabliert und bleibt aber nee sich hoch an 39 gezogen damit ist vollkommen wieder ausgeglichen neutralisiert und damit haben wir einen völlig bedeutungslosen tag hier drin stehen der uns auch keine neuen signale gibt aber sollte jetzt hier nicht dazu motivieren dass man sorg oder ja wie soll ich sagen mir die achtung vom markt verliert rein von der bewegung her die wir hier haben diese drei bewegungswellen nach unten jetzt drei nach unten könnte sich hier durchaus jetzt auch am mit am dienstag haben wir jetzt vor uns hier jetzt noch mal so einen schwung nach oben stellen und sogar ein neues hoch an also da bleibt weiter der bereich auch um 17 55 ganz interessant ja wir können ja auch vielleicht mal mit den kästchen das abtragen natürlich ein bisschen mit vorsicht genießen denn unser dax hat schon eine krasse seitwärts prägung die letzten tage also dem hier zu attestieren dass er richtung neues hoch gehen kann ist schon fast gegen den trend gewertet das muss man ja so sagen ja ach guck mal es geht sogar bis höher 85 da oben also das potenzial hätte wenn er sich mühe gibt dadurch dass er jetzt hier das unten der eigentlich nur das kräftige zugemacht hier bei 860 züge hochgerissen unten raus alles abgewährt und wenn er sich jetzt hier weiter hoch etabliert bekommt auch weiter über den 930 950 raus steigt würde ich dem schon zu trauen rein aus technischer natur dass wir über die 17.000 gucken können am dienstag ja das ist auch so richtung 17 50 17 85 anlaufen kann ja und man muss aufpassen dass man da wirklich jetzt nicht zu so nach dem mutter passiert ja eh nichts der wird sich irgendwann das haben wir jetzt schon die ganzen letzten tage sagt irgendwann wird er sich immer mal punktuell oben rausstoßen dann wieder zur seite schieben und dann wieder zur seite schieben zur seite schieben zur seite schieben punktuell irgendwo rausstoßen und das wäre jetzt hier eigentlich so eine schöne stelle zwei sehr ruhige tage fast auf der stelle geschwebt zweimal hintereinander das riecht schon ein bisschen dafür wie es könnte hier mal ein kleiner schub wieder dazwischen kommen jetzt fangen die leute alle an so hin und her zu traden zu scalpen denken sie sind die größten weil das gerade richtig geil funktioniert und dann kommt erst mal wieder kurze bewegung dagegen nimmt den die gewinne weg gibt sie den anderen und das würde hier eigentlich schön reinpassen ja von daher wäre hier jetzt ein bisschen offener für die bewegung oben raus wird es allerdings trotzdem nicht übertreiben wollen ja ist einfach noch zu signal los alles dass nicht viel volumen drin da ist nicht viel motivation trainer dafür doch ein bisschen so die fantasie über irgendwelche events die da vielleicht noch kommen nächste was mir einfach ein feld sind die us wahlen aber die sind erst im november da brauchen wir jetzt nicht auch noch nicht positionieren für gehen schon ein paar jahre ins land oder paar monate sagt muss man eher so von naja lassen was dabei ja unten raus würde ich trotzdem aber vielleicht die 890 als kante beibehalten ja also wenn er unter 98 880 sich drunter schiebt wenn zweites mal kann er das gäbe close nicht mehr verteidigen weil das ist ja schon erledigt jetzt das heißt wenn er jetzt wieder unter 880 890 abtaucht würde ich ihm auch durchaus noch mal platz geben hier auch einen schwüngchen weiter zu laufen auch mal 37 30 anzulaufen 780 660 die fehlt nach wie vor das hat sie mir jetzt auch schon wirklich tagelang immer noch offen das gäbe aber das wäre für mich unter interessant unter 880 unter 890 und wie gesagt über 950 920 eher aufwärts denn noch ein bisschen mit vorsicht sind noch in der seitwärtsphase viel signal qualität ist dort enorm hoch jetzt haben wir auch im webinar am sonntag unsere leute noch mal darauf vorbereitet wie schon die letzten beiden webinare wie man einfach mit so einer seitwärtsphase besser umgeht auch was die eigene persönliche erwartungshaltung für trades eben angeht dass man da nicht jeden tag losfeuert und 200 300 punkte haben will aber gut ja punkt was soll ich hier noch weiter um heißen brei rum quatschen das ist die situation das ist die lage vom chartbild leicht bullig einzuordnen sehr ruhig sehr flach seitwärts haben gestern gesagt wenn es sehr ruhig und kontrolliert bleibt geht er wahrscheinlich hoch das haben wir noch nicht gesehen von da könnte ich noch was vorstellen dass es jetzt dienstags spätestens mittwoch ausspielt sich einfach noch mal neues hoch gönnt muss ja nicht viel sein irgendwie hier immer oben ran das würde ich schon wieder erst mal reich kann wieder drei tage seitwärts machen ja und ansonsten unten denke ich ist auch klar unter 8 80 98 wieder ein bisschen platz hier noch mal zurück zu laufen bis zu schwung zu holen und dann sind wir auch schlau bis dahin können wir es auch nicht erzwingen das nützt ja nicht dann lieber einfach mal zurückstellen bis noch zugucken wenn einem das noch nicht reicht und dann geduldig sein ich mache hierzu wünsche euch gutes gelingen viel erfolg dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss